Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh nein. Kein Irrtum. Ausgeschlossen. Das ist kein Irrtum. Nein, nein. Kein Irrtum. Kennen Sie das? So einen Ballon hast du doch der kleinen Elsie Beckmann geschenkt. So einen Ballon. Elsie, Elsie. Nein, nein, nein. Wo hast du die kleine Wache Perl verscharrt, du Hund? Aber die habe ich ja gar nicht gekannt. Ach, die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Und die? Und die hast du auch nicht gekannt, was? Oh nein. Ja, das ist ja sechs. Wir haben nicht los. Ach, doch nicht die. Ach, doch nicht die Homme. Ach, doch nicht die Homme. Oh, du bist die Homme. Oh, du bist die Homme. Gib mir die Homme. Oh, das ist sie. Oh, das ist sie. Oh, das ist sie. Auf! 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 Wir haben kein Recht, mich loszuwerden! Wir haben kein Recht! Mich hier fest zu halten! Recht! Den Ferner wie dich gibt's noch ein Recht! Totschlagen! Totschlagen! Jawohl! Totschlagen mit deinen Hund! Halt machen die Hund! Mach du! Ach, ich schlau! Ach, ich schlau! Ach, ich schlau! Du hast da was von Recht gesprochen! Hier soll dein Recht werden! Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen! Von sechs Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg! Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird! Du bekommst sogar einen Verteidiger! Geht alles nach Recht und Ordnung! Verteidiger! Verteidiger! Ich brauch keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht! Ihr! Sie! Ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr! Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten! Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren! Aber ich fürchte, dass sie nicht viel nützen wird! Wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen Dich unschädlich machen! Das wollen wir! Und ganz sicher unschädlich bist Du nur, wenn Du tot bist! Aber Ihr könnt doch nicht Deinen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein ordentliches Gericht stellt! Der ist wichtig! Der ist wichtig! Der ist wichtig! Der ist wichtig! Das könnt Ihr so packen, mein Junge! Ausgerechnet! Damit Du Dich auf den Paragraf 51 berufst, Dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst! Und dann brichtst Du aus! Und das Kommen an ist die! Und Du, vergnügt! Mit dem Jachtschein kann ja nicht passieren! Der ist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt! Der ist wieder völlig auf den kleinen Kindern los! Benni! Davon wollen wir nicht mehr wissen! Jawoll! Du musst unschädlich gemacht werden! Du musst weg! Aber ich kann doch nichts dafür! Das kennen wir! Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür! Was weißt denn Du? Was redest denn Du? Wie bist Du denn überhaupt? Wer seid Ihr denn? Alle miteinander! Verbrecher! Bildet Euch womöglich noch was ein drauf! Weil Ihr Geldschränke knacken könnt! Oder Fassaden klettern! Oder Karten zinken! Lauter Sachen denke ich mir! Die Ihr gerade so gut lassen könntet! Wenn Ihr was ordentliches gelernt hättet! Oder wenn Ihr arbeitet! Oder wenn Ihr nicht so faule Schweine wärt! Aber ich! Kann ich denn? Kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir! Das Feuer! Die Stimme! Die Qual! Du willst also damit sagen, dass Du morden musst! Immer, immer muss ich durch Straßen gehen! Und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her! Das bin ich selber! Und verfolgt mich! Lautlos! Aber ich höre es doch! Ja! Ja! Manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe! Ich will davon! Von mir selber davonlaufen! Aber ich kann nicht! Kann mir nicht entkommen! Muss! Muss den Weg gehen, den es mich jagt! Muss rennen! Rennen! Endlose Straßen! Ich will weg! Ich will weg! Ich will weg! Und mit mir rennen die Gespenster! Und Müttern! Und Kinder! Die gehen nie mehr weg! Die sind immer da! Immer! 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 Nur nicht, wenn ich's tue! Wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr! Dann... Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe und lese und lese... Das habe ich getan! Aber ich weiß doch von gar nichts! Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da ihnen! Wie ich's tun muss! Will nicht! Muss! Will nicht! Muss! Und dann schreit eine Stimme! Und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! 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 Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Warum? Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schafenfeuer! ящter Feuer! Au! Dieser Mensch muss ausgerottet werden! Dieser Mensch muss weg! Der aus der EU! Der aus der EU! Der Aus będzie Hani 온! Nein! Geschätzter Vorredner, der... Wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. Hat behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handelt, spreche ihm das Todeshof... Ja, was ist denn da? Hinten! Er irrt sich. Gerade in das Moment des Zwangs spricht mein Klienten frei. Du Haubertmensch! Abtun! Das war verrückt, du besoffenes Kaffee! Ein verbranendes Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun... ...und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Das ist ja lächerlich! Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Das am Leben bleiben soll! Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einem kranken Menschen übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Irrenäuser? Aber was geschieht, wenn ein Haus bricht aus dem Ihren Haus? Ja, oder als der Heil entlassen wird, und eine schönen Tage fängt das Morden und müssen wieder von vorne an? Wieder monatelange Hetzjagd! Wieder Paragraf 51! Wieder Ihren Haus! Wieder ausbrechen oder entlaffen werden! Und wieder Morden müssen! Und das geht ja nicht in alle Ewigkeit so weiter? Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht! Auch nicht der Staat! Und Sie schon gar nicht! Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein! Du hast keine Kinder gehabt, nicht? Na also, da hast du auch noch kein Verloren! Na ja, gerade kommt's los! Wenn du aber wissen willst, wie das ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird, dann frage mal die Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat! Frage mal nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war! Na ja, und denen später, wo sie endlich wussten, was los war! Hör doch die Mütter! Was passiert? Die Mütter sollst du fragen! Nein, die Mütter! Was glaubst du denn, dass du von den Müttern die Nahrung für den Mörder ihrer Kinder erlangen wirst? Die Frau hat Recht aufzurechnen! Keine Gnade für den Mörder! Keine Gnade! Hine mit dem Mörder! Lass ihn tot mit uns! Abkirchen, die Bestie! Totschlamm! Bringt das E-Uhr! Tod! Umbringe! Totschlamm! Totschlamm! Lass mit ihm! Ritten schu mit die Bestie! Totschlamm! 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 Ich lasse mich nicht widersteigen von euch! Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord begangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! ...dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteilen wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Doch weiten wir! Ich verweinere, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird! Ausgerechnet Polizei! Schmied der Männer! Schluss, ihr Kerl! Abkirchen! 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 Vielen Dank.